Und es geht wieder weiter mit einer Analyse zu den Digimon Adventure 2 Episoden, dieses Mal mit Episode Nummer 9, Experimente. Ja, die Folge ist an sich erst einmal, was Ken selber angeht, zum Beispiel ganz interessant. Ja, wir sehen halt ein paar Rückblicke, so wie zum Beispiel Ken eben so ein Interview gehalten hatte und wie dann wieder natürlich angehimmelt wurde und so alles und irgendwie kotzt ihn das Ganze einfach an. Allerdings verstehe ich nicht, warum kotzt es ihn an? Das ist so die Frage. Weil, klar, nicht jeder mag es, wenn man so bewundert wird, aber offensichtlich hat ihn das ja die ganzen Wochen, Monate niemals gestört. Ich meine, er hat Sport betrieben und er hat sogar Schach gemacht und so im Fernsehen, gab Interviews und so alles. Und ich verstehe nicht, warum das in dem Punkt jetzt auf einmal ihn ankotzt. Ja, auch seine Eltern, denen geht er quasi aus dem Weg. Gut, die Eltern sind sowieso ein bisschen seltsam, um ehrlich zu sein, weil ich meine, die haben die ganze Zeit nie mit ihm geredet. Und jetzt, wo er auf einmal so ein bisschen angepisster ist, da reagieren sie dann. Und ja, weil Ken dann natürlich nicht aus seinem Zimmer herauskommt und der Lehrer sagte, Ken wäre zu intelligent und die Eltern würden ihn ja nicht verstehen und so und der Vater lässt das jetzt nicht auf sich sitzen. Finde ich zwar gut, dass der Vater dann handelt und sogar die Tür aufbrechen tut, allerdings denke ich mir auch, ja, ein bisschen spät. Die hätten vielleicht schon mal früher eingreifen sollen. Ja, dann sehen sie auf dem Computer nur diesen Abschiedsbrief. Die Welt interessiert mich nicht. Auf Wiedersehen, eh Idioten. Sie wissen aber nicht, wo er ist. Ist klar, weil sie keine Ahnung von der Digi-Welt haben. Ja, als Davis, der hat das dann in der Zwischenzeit natürlich, das, was er in der vorigen Folge gesehen hat, den anderen mitgeteilt. Die sind dann natürlich auch so ein bisschen überrascht. Und allerdings wirken sie jetzt nicht so wie, echt? Boah, wirklich? Oh mein Gott, hätte ich ja nie gedacht oder sowas. Und gerade auch Issi sagt dann nur, der ist das? Oh ja, das ist ja unser Nachbar. Ach, lasst uns jetzt mal vorbeigehen. Wie gesagt, ich meine, die hätten schon vorher mal auf die Idee kommen sollen, auch wenn es erst Folge 9 ist. Aber wir wissen ja, dass da schon einige Monate vergangen sind in diesen neuen Folgen, was auch irgendwie seltsam ist. Weil wenn wir so überlegen, Folge 1 und 2 sind so der eine Tag und der nächste Tag. Folge 3 ist vielleicht so zwei Tage später oder auch noch der nächste Tag. Aber Folge 6 wissen wir, da sind schon ein paar Wochen rumgegangen, weil da waren ja dann wieder Ferien. Und ja, jetzt sind dann vielleicht auch bald wieder Ferien. Keine Ahnung. Aber letzten Endes ist es schon so, dass da viel Zeit vergangen ist. Naja, und da wäre ich nochmal vorher auf die Idee gekommen zu gucken. Und ich meine, eigentlich wäre es auch offensichtlich. Weil auf einmal ist der Digimon Kaiser da und auf einmal wird über so einen genialen Jungen in der Menschenwelt berichtet. Ken. Ja, es ist irgendwie so ein bisschen... An Issis Stelle hätte man da schon Feuer drauf kommen müssen, meiner Meinung nach. Nun ja, da ja die Polizei aber gerade da ist und sie in dem Punkt halt keine Informationen und so haben, kann ich es nachvollziehen, weil die Polizei ist da. Die wissen auch nicht, wo Ken ist. Die können sich ja denken, dass Ken in der Digi-Welt ist. Aber im Prinzip können sie halt jetzt nicht zu den Eltern. Und deswegen ist das okay. Blöd finde ich. Teilweise auch amüsant ist da so im Deutschen so ein Satz von so einer Nachbarin. Ja, ich habe gehört, dass dieses Wunderkind weg sein soll. Ken heißt es, glaube ich. Und da denke ich mir, klar, ein Wunderkind. Jedes Fernsehen, jede Zeitung berichtet über dieses Wunderkind. Und sie, Ken heißt er, glaube ich. Ja, okay. Wahrscheinlich hat die Frau so keine Zeitung, keinen Fernseher und egal. Aber es ist irgendwie amüsant, aber irgendwie auch blöd. Nun, jedenfalls stellen sie dann fest, dass eben während Ken halt nicht mehr da war, dass dann eben schwarze Türme in der Digi-Welt viel mehr aufgetaucht sind und sie wissen, dass er eben da ist und wollen dann natürlich auch dorthin gehen. Natürlich hat er in der Zwischenzeit sich Greymon geschnappt. Ja, interessanterweise ist Greymon die gesamte Zeit über Greymon gewesen. Jetzt muss man natürlich fragen, inwiefern das eigentlich Sinn macht, Wenn wir natürlich so überlegen, dass die anderen, also zumindest überhaupt generell alle Adventure-Partner in Adventure, immer sofort zurückdigitiert sind, dann ist es schon irgendwie ein bisschen seltsam, dass sie in Adventure 2 jetzt offensichtlich einmal digitieren können und dann auf dem Champion-Level bleiben, obwohl der Partner weit, weit weg ist. Naja, er schnappt sich jedenfalls Greymon und möchte, dass der eine schwarze Digitation vollzieht. Allerdings möchte er, dass er zu Metall-Greymon wird. Jetzt finde ich an der Stelle natürlich auch ein bisschen fraglich, Woher kennt der Digimon-Kaiser eigentlich Metall-Greymon? Hat er vorher niemals gesehen. Und ich meine, er hat jetzt auch nicht irgendwie, so wie Issy in Innalisa, wo er mal so durchgucken kann oder so. Also das ist schon ein bisschen komisch. Ja, ich finde es auch komisch im Prinzip. Klar, er hat Greymon den schwarzen Ring umgemacht. Mit den Erdramon fliegt er dann auch dahin. In der Zwischenzeit davor war halt, dass Davis und die anderen in dem Lava-Gebiet waren und dann tauchten Meramon auf und dann haben sie die Meramon besiegt. Und ja, es war auch irgendwie ein bisschen öde und auch ein bisschen dumm. Flame-Dramon greift die Meramon an und die Attacke bringt nix. Äh, logisch. Flammen-Digimon, Flammen-Attacke. Warum sollte das was bringen? Halsmon greift die Meramon an und es bringt nix. Es macht Wind. Und Joli stellt dann fest, Halsmon, hör auf, du bringst die Flammen nur noch mehr zum Lodern. Ja, ist auch irgendwie offensichtlich. Klar, eine kleine Flamme könnte durch einen Wind ausgepustet werden, aber ich glaube, bei sowas wie Meramon ist das doch eher unwahrscheinlich. Ja, und dann taucht halt Greymon auf, wird von so drei oder vier Erdramon gehalten. Ja, und dann lässt der Digimon-Kaiser es digitieren. Und ich finde es irgendwie fragwürdig, nur weil es einen schwarzen Ring umhat, kann er mit seinem D3-Digiweiß Greymon digitieren lassen. Warum und wieso, wie sollen das gehen? Vor allen Dingen, warum benutzt er denn nicht alle anderen Digimon, die in der schwarze Ringe umlegt, und lässt die auch zum Ultra-Level digitieren? Dann hätte eine ganze Armee von Ultra und nicht nur von Champion-Digimon hätte die Digi-Ritte auch platthauen können. Rein theoretisch. Im Prinzip kann man mir sagen, was man will. Man nutzt das gerade nur wieder, damit es plotmäßig ist und der Digimon-Kaiser übermächtig wirkt. Insgesamt finde ich die Idee gut, aber ja, es fehlt eine Begründung. Ja gut, er wird dann natürlich nicht Metall-Greymon, sondern Skull-Greymon, weil es ja irgendwie Gewalt war, was ja irgendwie logisch ist, ne? Wir wissen ja in Digimon-Adventure, wenn es gegen die Interessen ist, digitiert es halt nicht so, wie es eventuell soll. Ja, Skull-Greymon wiegt natürlich enorm viel, sodass die ganzen Erdramon mit runtergezogen werden und draufgehen, außer natürlich das Erdramon, auf dem der Digimon-Kaiser steht. Genau dieses Erdramon wird natürlich gekappt und kann wegfliegen. Klar. Ja, es werden dann natürlich noch ein paar Daktoranumon herbeigerufen, die werden dann benutzt, um Skull-Greymon anzugreifen, weil der Digimon-Kaiser, nachdem Skull-Greymon den Atomschuss eingesetzt hatte und den schwarzen Turm zerstört hatte, mitbekommen hat, ach du Scheiße, ich kann das Digimon nicht kontrollieren. Ja. Es ist natürlich interessant, dass Kari erstmal auch Skull-Greymon kennt. Klar, die anderen könnten ihr darüber erzählt haben, aber sie sieht es und weiß sofort, das ist Skull-Greymon. Ah ja, okay. Klar, natürlich. Ich meine, etwas, was ich noch nie gesehen habe, da weiß ich auch sofort, wie das heißt. Klar. Ich meine, ich weiß auch, wie die ganzen Leute auf der Straße, wenn ich sie einmal sehe, weiß ich auch, wie die heißen. Natürlich. Ihr versteht, was ich meine. Ich meine, es ist Kari und irgendwie weiß sie immer alles. Genau wie das mit Andromon. Das ist ein bisschen seltsam. Ja, Skull-Greymon verliert dann natürlich seine Kraft, digitiert zu Argumon zurück und, oh, komisch, in dem Moment, wo es Argumon ist, sagt Kari, Argumon, nein, das ist Argumon. Ach, woher verdammt nochmal weiß sie denn auf einmal, dass es sich dabei, bitteschön, um Argumon handelt, dem Partner von Tai. Ich meine, ja, wir wissen es, in Digimon Adventure und Adventure 2 wird es den Zuschauern immer so vermittelt, als ob die Digimon-Partner der Kinder sowas super duper Besonderes wären und es sie nur einmalig gibt. Klar, kann man verstehen. Allerdings wissen wir in Digimon Adventure doch, dass es noch andere gibt. Da gab es doch auch andere Jokumon, andere Kurumon und außerdem haben wir doch da auch noch ein anderes Graymon gesehen. Das hatte ja Ethemon gerufen, damit es gegen Tai-Scraymon kämpfen kann. Also muss es doch auch andere Argumon geben. Woher verdammt nochmal weiß Kari also, dass dieses Argumon Tai-Argumon ist? Ich meine, klar, ich hätte es auch im ersten Moment vermutet und ich hätte es auch nicht ausgeschlossen. Das ist klar. Aber es hundertprozentig zu wissen, so wie Kari so tut, das finde ich unlogisch halt. Im Prinzip betrachtet ist die Folge meiner Meinung nach auch eigentlich für Kennverhältnisse okay. Insgesamt, dass man auch sieht, dass er eben Argumon in seiner Gewalt hat, weil wir Zuschauer wissen das, wegen Graymon, weil das vorher noch mit ihm geredet hat, ist auch okay. Auch das mit Skullgreymon und auch, dass sie jetzt wissen, dass er ihn gefangen hat und weitere Experimente mit ihm machen wird. Das ist in dem Punkt natürlich auch okay. Allerdings muss ich natürlich irgendwo sagen, abgesehen davon ist der Rest, was so Davis und so machen, gegen die Meramon kämpfen und so und gegen Skullgreymon da kämpfen und so, das ist eher ein bisschen ernüchternd und meiner Meinung nach auch ein bisschen langweilig. Deswegen finde ich die Folge nur okay. Aber, na gut, wie seht ihr das? Habt ihr eine Erklärung dafür, wie es möglich sein kann, dass er mit seinem schwarzen D3-Digiweiß in der Lage ist, Graymon digitieren lassen zu können? Warum andere Digimon nicht? Wie findet ihr, dass das Kari weiß, dass das Skullgreymon und Argumon sind oder waren? Und ja, wie fandet ihr die Folge so im Allgemeinen und die Idee des Digimon-Kaisers, Argumon zu entführen und mit ihm Experimente zu machen? Schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt es mir in die Kommentare.